Möchtest du, wenn ich es fixe? Klar, das wäre toll. Mama sicher empfiehlt, dass ihr euch alle helfen könnt. Sieht, wie es nur ein neues Board braucht für das Seat und ein paar Räume braucht. Möchtest du es für Clem und Duck und lass die St. Johns wissen, dass wir unser Wettbewerb hier rausziehen können. Sieht ja gut an. Dann... So. Kurz da oben das Haus angucken. Wundere ich, wie viel Essen sie da haben. Oh nein, in einem spitzen Zaun. Nix normaleres hat spitze Zaun. Hey, äh, don't mess with that, okay? Okay, the thing's a little tricky and I don't want to spend half a day trying to fix it again. Das sieht gut aus. Sehr geehrte Britta. Das ist so ein Schaukelding da aus. Das ist zu big right now, but if I can find something to cut it down to size, this might make a good seat for the swing. Hm. Mind if I use one of these boards? Already making some repairs, huh? I like a guy who takes some initiative. Yeah, go right ahead. einfach mal die hohen zu verstecken auf jeden fall so ist vor noch ein zwei kürzelt die durch ich danke mir durch stuppert schmarrn und es ist so ist die die Das Board ist gut, aber ich brauche etwas Rücken. Ah, Seil. Hätte ich nicht mitgerechnet, aber warum denn nicht? Ja, das ist doch nett. Das ist doch nett. Das war's. Dann würd ich mal sagen, Zaun kontrollieren. Okay, dann musst du noch mit ihm reden. Hallo. Hallo. Ich bin froh, dass ihr euch entschieden habt, um uns zu helfen. Ich habe nach dem Motel gesehen, dass die Leute ziemlich gut armiert sind. Sie sind stockpiliert, oder? Wir haben einen guten Verbrauch in den letzten paar Monaten zusammengefasst. Wie geht es euch? Welche Art und Schutz haben Sie hier? Wir haben ein paar Arten, um sich zu schützen. Aber wir nutzen sie wirklich nur, wenn wir aus der Geburt. Wenn wir in den Perimeter des Fences haben, ist alles, um uns sicherzustellen. So, ein Elektrik Fences ist genug, um sich zu schützen? Walkers? Das ist das, was du sagst? Das ist gut. Der alt war nicht, aber Mac, er war unsere Foreman. Er hat herausgefunden, wie wir es mit den Generatoren haben. Wir sind hier ein paar Nachts, und wir sehen uns die Sons-Aber-Biches sizzle und pop, wenn sie zu nahe sind. Das ist das Beste für die Unternehmer-Biches, ich glaube. Diese Generatoren sind genug, um den ganzen Därieren zu schützen? Wir haben vieles. Wir müssen immer für die Energie für die Energie, wie wir können, aber sie alle zusammenarbeiten, um den Trick zu machen. Wie wir uns. Wir können nicht sein, die ersten Leute, die du in die Därieren eingeladen hast. Nein, wir haben andere Leute zusammengefasst, um andere Leute zu schützen, für Gas und Essen. Aber letztendlich, sie verabschieden, um die Leute, die sie verloren haben. Wir haben einen Kontakt mit. So, jetzt geht's weiter. Ich muss ganz kurz eine Pause morgen für euch. Ich vergesse eine wenig Sekunde für mich. Kürz länger, bis gleich. So, weiter geht's. Für euch ist wahrscheinlich nur eine ganz kleine wenig Sekunde vorbei gegangen. Oder eben... bisschen mehr bis zur nächsten Folge. Aber jetzt geht's weiter. So. Mark und ich können Sie mit dem Perimeter helfen. Oh, gut. Der Fenster wird ein Wacker in etwa drei oder vier Sekunden, aber es wird überraschend, wenn wir die Husten rausgehalten haben. Mark und ich können die Fenster selbst schützen, wenn Sie hier bleiben wollen, wenn Sie hier bleiben und die Generatoren haben wollen. Das wäre toll. Ich werde die Nordwesten entfernen, und wenn Sie die Leute ausfüllen können, und schauen für irgendwelche Weak-Points, das wäre eine große Hilfe. Das ist sehr einfach. Wichtig ist. Bleib auf den Zaun. Du wirst nie wissen. So, wie sieht das Ort aus? Ist es sicher genug genug, um uns zu bleiben? Wenn wir können? Es ist ziemlich großartig, was sie mit dem Zaun getan haben, aber wir schauen, was es braucht, um diese Fenster zu schützen, bevor wir irgendwelche Schlussfolgerungen ausfüllen. Ich kann nicht warten, bis jeder hier ist. Jeder besides Larry. Warum hast du gesagt, ich dachte, dass er ein Racist war? Als ob die Tensions waren nicht großartig. Sorry, man. Es war einfach. Ich meine, du sprichst es richtig zu sein. Das ist ein Stück. Der Mann ist ein Stück, irgendwie. Relax. Du hast es nicht mehr machen. Da ist ein. Hm, lecker. Lee. Es ist tot. Komm schon, lass es auf. Jetzt ist ein Sonnenangebot. Warum ist es am Fall? Es ist tot. Es ist tot. Andy sagte, wenn diese Fenster arbeiten, die Walken zu gehen wie ein Trennfluss auf einer Powerlinie. Wenn diese Lichter entfernen, das bedeutet, dass die Fenster ab ist, nicht? Es ist besser. Das sehen wir gleich. Na wohl, das wird auch funktionieren, wenn der Zaun anlässt, weil Holz leicht ja nicht, deswegen würde der Strom nicht in die reinfließen. Ja, ohne Benzin. Es gibt nicht viele Motorräder diese Tage, Lee. Wir könnten ein Jahrs worth of Gas schrauben, easy. So, was ist dein Geist auf die Brüder? Sie sehen, dass sie diesen Ort ziemlich gut Diese Leute sind nur ein Läden der Inevitable. Dieses Ort wird verbrechen, wie überall. Vielleicht bist du richtig. Da ist ein anderer. Ich sehe ihn. ein bisschen zurechtdrücken. Ähm, ja, und dann ist es ähm, gegen mich gestoßen. Man, der Fenster hat direkt in seinen Händen. Ich glaube, sie haben zusammengehoben. Nicht schauen, sondern abhacken. Du hast niemals getrennt, oder? Haha, nein. Christ. Ich kann nicht stoppen, zu denken. Danke für die Rationen, Herr, es ist nicht easy, wenn sie mich in fronte die Kinder verbrutzelt sind. zu halten, es ist immer da würde ich auch zu halten, Just try to focus on the task. Sie wussten, was sie waren, teasen uns mit Essen und dann geben uns Schäden. Äh, zu haben, zu haben, zu haben, Komm, ich glaube, ich sehe, wo sie in die rein kommen. Dieser muss ihn überraschen, zu haben, zu gehen. Er ist entlangt und da ist ziemlich gut. Komm, helf mir, das Ding zurück in die place, damit wir den Christ. Ich glaube, wir werden besser von der anderen Seite getrennt. gut. Erstmal runter tun. Na ja. Wer der sich da drinnen verhedert hat. Ah, so. Das ist aus, als wäre der von Sonnen, der dagegen gelaufen wäre. Das ist schlecht. Deckung! Ja, dann schieben. Ah-ha. Ah-ha. No fuel. Of course. Behind the tractor! We don't mean you any harm, goddammit! I ain't got one of you! I can do this all day! The planes are stuck in the dirt. Did you really think you could fuck with us? Show yourself! Come on, if we can reach the gate, we can get through this fence and back to the house. Ah! They're on the move, damn! You assholes! We had no idea out now, you fuck! What happened? Shit! I already got up for you! Ja, da hat mich schon mal wieder genervt. Hm, nervig. Das Problem ist, ich kann einfach sagen, hier, ich bin beschäftigt, das ist noch schlimmer. Ach, komm, ich bin beschäftigt. Another one! How many of those things did we push down? Give us the food! Give us the food! I see you! I'm going to lose you! I thought he was going to get through it! Come on, let me get through it! I see you! I see you! What about our racers? Are you okay? Yeah! Yeah! I think it's just egal, it's just that the helft is going to get through it. The gate is right there! Ähm... ... 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 You lucky sons of bitches, go ahead and run. We ain't going nowhere. Lee, what's wrong? The electric fence came on. Some people started attacking from the woods and we got trapped.